Ah, mein Neffe, ja grüß dich, komm herein. Du hast nur kurz heute Zeit. Ja ich weiß, du hast immer so viele Projekte und so viel zu tun und dann auch noch natürlich die Partnerschaft. Du bist sehr gestresst. Ich würde dir sehr gerne helfen, dass du ein bisschen zur Ruhe kommst bei den vielen Herausforderungen und den vielen Sorgen, die du hast. Ich habe eine Idee, was wir machen könnten. Weißt du, ich habe so ein schlaues Buch auch gelesen, wo man so komplett sich entspannt, in nur ein paar Minuten. Und du merkst schon, meine Stimme wird so langsam und so monoton. Und das hilft nämlich auch bei der Entspannung und da kann man nämlich dann loslassen. Merkst du das auch? Hast du das jetzt auch gemerkt? Wenn ich das Wort sage, dann entspannt sich schon etwas. Ich sage es noch mal. Loslassen. Also das ist ja wie ein sauber Wort. Wir lassen jetzt alles los. Ich merke richtig, wie ich mir ein bisschen so kleiner werde und wie die Muskeln so ein wenig locker lassen. Ich mich ein bisschen so reinsink. Nicht so aufrecht und so angespannt sitzen, sondern so ein bisschen. Und jetzt, wenn du mir das so erzählst, was du alles zu tun hast, werde ich richtig müde. Dann fällt mir das alles ein, was ich auch alles zu tun habe und was ich alles zu tun haben könnte und was ich noch alles zu tun haben können sollte und was die anderen noch möchten, dass ich alles zu tun haben sollte, müsste. Und dann ist mir das alles irgendwie zu viel. Und dann lasse ich das einfach los. Weißt du, mein Nachbar, der hat auch immer sehr viel zu tun. Der hat einen großen Garten und seine Enkelkinder und dann sagt er immer, ja, dann will er aber mal dort aufräumen und dann will er mal die treffen und dann schiebt er alles in den November. Ich weiß eh, dass der November ja auch nicht länger ist als ein anderer Monat. Aber er hilft sich damit. Ja, das mache ich dann alles im November. Und ich muss immer ein bisschen lachen und weiß dann, wenn ich dann im Dezember nachfrage, ob er dann im November das alles dann gemacht hat, dann sagt er, nein, nein. Aber es kommt ja wieder ein November. Und wir üben uns jetzt einfach in diesem. Das hilft nämlich auch. Ich kriege schon wieder ein bisschen so ein Kitzeln in meiner Nase. Ach, das schwirrt schon wieder irgendwelche Sachen. Warum? Irgendwelche Pollen, glaube ich, die mich da so kitzeln. Ach, das will ich auch loslassen. Weißt du, und irgendwann kommt das, ja, du bist noch so jung, du glaubst das nicht, aber irgendwann kommt dann das ganz große Loslassen, Sterben. Und dann wird uns niemand mehr fragen, ob wir diese und diese Arbeit im November wohl erledigt haben. Und ob wir diese Fotos jetzt überspielt haben. Das wird so unwichtig sein. Und bis dorthin haben wir noch viel Zeit. Und da können wir das Kleine loslassen. Einfach richtig gut üben. Ich sag das nochmal. Ich sag das nochmal. Ich probiere diese ganz monotone Stimme. Loslassen. Alles loslassen. Alles loslassen. Alles, 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 alles loslassen. Das hilft auch, du. Probier mal das so. Ja, auch den Kopf. Im Kopf, das sitzt auch immer so vieles und schweres. Du lachst schon ein bisschen. Ja, lachen. Ach, wir sollten viel mehr lachen, du mein Lieber. Wir sind so ernsthaftige Erwachsene, dass das manchmal sehr traurig ist mit uns. Ja. Siehst du, so machen wir das. Wenn das alles zu viel wird und wir gar nicht mehr richtig atmen und so, dann machen wir mal wieder. Ja. Du musst weiter. Ja, aber weißt du, das hat mir jetzt so geholfen. Ich bin jetzt ganz entspannt und du schaust auch viel entspannter aus, denn dein Gesicht ist viel entspannter. Ja, ich bin jetzt wie ein bisschen so weich gezeichnet. Du schaust aus wie ein kleiner Bub. Tu dann alles Gute für dich und für deine liebe Braut. Ja, und für alle dann noch ein dickes Loslass-Pussi. Ja. 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 Und dann geht's die eigene Buben. Okay. es geht schon los wir sind schon wir sind schon live gestalten wir sind schon und ich habe nicht mal eine idee schon wieder rotzig ich hätte gar nicht glaubt dass das so leicht ist loslassen simpel geht doch geht doch wieder schneitzen diese schneitze rei